Herzlich Willkommen zum Tutorial Energietanken durch Atmung. Mein Name ist Alrun und ich beschäftige mich seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Gedanke erschafft Realität. Viele Nachfragen zu dem Thema bringen mich nun dazu, hier im Video zu erklären, wie Du Deine Gedanken ganz einfach an die Atmung koppelst, um erstaunliche Ergebnisse zu erzielen, wie zum Beispiel Kraft tanken, Stress in Windeseile zu reduzieren oder Erkältungen im Keim zu ersticken. Diese Selbsthilfe kostet nichts weiter als Deine Aufmerksamkeit und wenige Minuten. Sie ist für mich ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben geworden und hat mir in vielerlei Hinsicht geholfen. Natürlich ersetzt diese Technik bei Krankheiten keinen Gang zum Arzt oder andere Therapien, okay? Sie ist aber ein hervorragender Begleiter, ein Unterstützer und kann bei einiger Übung helfen, Krankheiten und Schmerzen zu mildern, Stress zu reduzieren und vieles mehr. Wir wissen alle, nach einem Spaziergang, nach dem Fitness, dem Joggen oder Fahrradfahren, da hat man mal so richtig durchgeatmet. Das erfrischt, weckt die Geister und bringt Energie. Alles Leben auf dem Planeten benötigt Luft zum Leben, nicht nur wegen des Sauerstoffs. Wir atmen unser Leben lang zumeist unbewusst. Während der Technik, die ich Dir hier an die Hand geben werde, wirst Du bewusst atmen. Ich möchte Dir dann in darauffolgenden Teilen erklären, was man mit der Luft Tolles anstellen kann. Dafür brauchst Du später in der Umsetzung nichts weiter als Deine Ruhe und Konzentration im Liegen oder auch im Sitzen, Deine Lieblingsmusik und Deine inneren Bilder. Luft ist einfach da. Sie ist unsichtbar und der Prozess des Atmens läuft automatisch ab. Worauf wir den Fokus legen wollen ist, dass Luft ein Träger ist. Sie trägt Töne, Gerüche und Gase. Flugzeuge und Vögel fliegen in der Luft. Wenn kalte Luft auf Warme trifft, entsteht durch den unterschiedlichen Druck Wind. Dieser Wind bzw. die Luft bewegt dann Wolken, Bäume, ein defektes Gartentor. Uns interessiert aber, was Luft noch trägt. Neben dem täglichen Austausch von Sauerstoff zu Kohlendioxid trägt die Luft Energie. Energie. Jawohl, eine Energie, die wir ebenfalls zum Leben benötigen. Da fragt man sich, warum man damit so knausrig umgeht. Denn so flach wie wir atmen, gehen wir damit um, als wäre Luft Mangelware. Wir merken aber, wie wichtig Luft sein kann, wenn wir nach einem schweren Gespräch erstmal tief durchatmen müssen, um uns von dem Stress zu erholen. Oder wenn man gerade der Polizei oder der Politesse entkommen ist. Oder wenn wir trotz Müdigkeit und Erschöpfung nochmal lossausen müssen. Aber hauptsächlich atmen wir unbewusst und flach. Durch das Lehren dieser Technik in meinen Kursen wurde schnell klar, dass tiefes Atmen mit nur dem Wissen nicht reicht. Wir können die Atmung für uns nutzen. Es bedarf der Überzeugung, dass es funktioniert. Den Fokus auf den Ablauf, die Bereitschaft zu visualisieren, das Vertrauen in sich selbst und dem Glauben, dass diese Energie existiert. Tief atmen und fertig? So funktioniert das nicht. Es braucht also noch ein wenig mehr, um das Potenzial der Luft für sich und der eigenen Gesundheit nutzen zu können. Du hast sicher schon den Satz, deine Gedanken erschaffen deine Realität gehört. Unsere Gedanken sind immer mit einer Emotion und auch mit Bildern verbunden. Ob wir wollen oder nicht. Es muss auch so sein, denn der Gedanke formt die Emotionen und die Bilder in unserem Kopf. Dieses Zusammenspiel erschafft unsere Realität. Wenn du an ein trauriges Ereignis in deinem Leben denkst, empfindest du diese Trauer. Wenn du an ein überaus glückliches Ereignis in deinem Leben denkst, empfindest du diese Freude sofort. Wir können bei traurigen Szenen in Filmen mit weinen. Umgekehrt kann ein lustiger Film oder frohe Musik unsere Stimmung schnell anheben. Dieses Zulassen und Einfühlen möchten wir nutzen, aber ohne Einfluss von außen. Denke an die Luft um dich herum, die neben den Gasen Stickstoff und Sauerstoff mit Energie angefüllt ist. Am einfachsten ist es, diese Energie in der typischen Farbe Gold-Gelb zu visualisieren. Die Energie stellen wir uns als kleine leuchtende Lichter vor, die sich an die Gase heften. Da haben wir schon mal ein Bild. Vielleicht findest du aber ein anderes Bild, das dir mehr zusagt. Wenn du dabei die Augen geschlossen hältst, ist es einfacher. Du hast sicher auch schon davon gehört, dass wir mit unserer Vorstellungskraft mehr erreichen können, als wir es tun, wenn wir nicht bei der Sache sind und nicht an die Sache glauben. Glaube versetzt Berge. Ich drücke es jetzt mal so aus. Ich dachte, fühlte, glaubte und erschuf. Okay, am besten testen wir das mal mit der Vorstellungskraft, die dir zeigen soll, wie sehr sich deine Vorstellungskraft in die Realität verwandelt. Setz dich dafür bitte bequem hin und strecke deinen rechten Arm lang nach vorne aus. Dein Zeigefinger ist auch ausgestreckt. Nun drehst du dich aus der Taille zusammen mit deinem ausgestreckten Arm und Zeigefinger um dich selbst nach rechts, während deine Hüfte und Füße an ihrem Platz bleiben. Folge mit deinem Blick deinem Zeigefinger. Dreh dich so weit du kannst. Wenn du an dem Punkt angelangt bist, wo es nicht mehr weitergeht, merkst du dir den Punkt, auf dem dein Zeigefinger zeigt. Halte diese Position eine Weile und kehre wieder zurück in die Gerade. Senke deinen Arm und schließe die Augen. Halte deine Augen bitte geschlossen, bis ich dir sage, sie wieder zu öffnen. Das, was wir eben tatsächlich gemacht haben, stellen wir uns nun im Geiste bildhaft vor. Hebe im Geiste deinen Arm und vollziehe genau das Gleiche über den Punkt hinaus, den du dir zuvor gemerkt hast. Es ist, als ob deine Taille und dein Rumpf ganz weich sind und du kannst dich noch viel weiter um dich selbst herumdrehen, bis über den gemerkten Punkt hinaus. Dann kommst du im Geiste den ganzen Weg aus der Drehung wieder zurück in die Gerade und öffnest deine Augen. Jetzt wiederholen wir das Ganze noch einmal, aber wirklich. Strecke wieder deinen Arm lang nach vorne aus. Dein Zeigefinger ist ausgestreckt. Du drehst dich nun aus der Taille zusammen mit deinem ausgestreckten Arm und Zeigefinger nach rechts. Folge mit deinem Blick deinem Zeigefinger. Dreh dich so weit du kannst. Und? Hast du es gesehen? Erstaunlich, oder? Okay, komm zurück in die Gerade. Wo wir gerade bei der Praxis sind, machen wir auch direkt weiter. Schließe nun wieder deine Augen. Nicht blinzeln. Schließe deine Augen ganz. Und nun denke an die Luft. Stelle sie dir als Träger des Lichts vor. Um dich herum ist die Luft angereichert mit Licht. Goldener Energie. Wenn du dir im Geiste den Raum vorstellst, in dem du dich gerade befindest, kannst du sehen, wie mit der Luft die kleinen Millionen Energielichter aus deiner Umgebung bei dem Einatmen in deine Nase einströmen. Atme durch die Nase ein, wie ein Sog ungefähr so wie Wasser in den Ausguss gezogen wird. Die verbrauchte Luft atmen wir bewusst aus dem Mund wieder aus. Der nächste Schritt ist, in unserem Geiste zu sehen, wie sich diese leuchtende Energie nach dem Einatmen von dem Sauerstoff trennt und in uns einströmt. In die Lungen, in den Bauch und in alle Gliedmaßen. Die Energie verlässt den Träger Luft und fließt in deinen gesamten Körper, so wie eine Flüssigkeit ein Gefäß auffüllt. Anschließend atmen wir die restliche Luft durch den Mund weit aus. Schick sie weg. Du kannst diesen Prozess noch verstärken, indem du die Luft für eine Weile in dir hältst und visualisierst, wie die Energie in deinen Körper strömt, bevor du die Restluft wieder ausatmest. Das ist die Grundübung. Wenn du dies mit vollstem Vertrauen und konzentriert auf die Sache machst, lernst du diese Basic innerhalb kurzer Zeit. Mit dieser Atmung und noch einigen zusätzlichen Visualisierungen kannst du dir selbst behelfen und pure Energie tanken. Ich habe damit schon so einige Wehwehchen und Probleme weggeatmet. So nenne ich es. Und mit jedem Mal bekomme ich mehr Vertrauen in diese Technik, sodass ich sogar schwierige Stresszustände wegatme. Mit etwas Übung muss man irgendwann nicht mal mehr die Augen schließen. Das Tolle ist, es muss dafür nicht die Sonne scheinen oder Tag hell sein. Einfach Augen zu und los geht's. Licht, Luft. Lerne diese Basic und dann kommen wir zu dem nächsten Schritt, um diese eingeatmete Energie spezifisch zu nutzen. Schließe deine Augen. Atme tief durch die Nase ein und aus dem Mund weit aus. Sieh deine Atmung wie ein in sich geschlossener Kreislauf. Atme bewusst und langsam. Visualisiere die Luft angereichert mit goldgelber Lichtenergie. Die Luft ist der Träger des Lichts. Sieh die Energie, wie sie durch die Nase in dich einströmt. Wiederhole dies so lang, bis du innerlich sehen kannst, dass sich das gelbe Licht nach dem Einatmen in deinem Körper ausbreitet. Stell dir vor, wie das gelbe Licht in deinem Körper einströmt und ihn bis in die Fußspitzen ausfüllt. Mach dies so lange, wie du konzentriert dabei bleiben kannst. Zum Ende nimm einen tiefen Atemzug und atme weit aus. Das war Energietanken durch Atmung, der erste Teil. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn dir dieses Tutorial gefallen hat. Im folgenden Teil werde ich mit dir diese Technik erweitern und du wirst staunen, was alles damit möglich ist. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und wünsche dir bis zu meinem nächsten Video alles Gute und viel Erfolg bei dem Üben.